Diese Frage höre ich besonders oft als Journalist, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Bekommen wir jeden Morgen einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt mit den Themen des Tages, über die wir berichten sollen? Ist natürlich Quatsch, ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommt. Ihr kennt unsere Behörden, natürlich schicken die sowas per Fax.